Ich glaube nicht, dass eure Zuschauer sehen wollen, wie ihr jetzt Hand am Buddeln seid. Ja, doch. Scheinbar wohl. Oh, wieso legt ihr das denn nicht, ja? Slide me 90, schaut, ihr Zug sehen uns. Echt? Ich habe sie geschrieben, Hugo. Ja, ich sehe es gerade. Slide me, wenn du mal Zeit hast, könntest du mal auf dem TS kurz bei uns vorbeischauen, das wäre super lieb. Okay. 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 Ich werde gleich sterben, ich kriege wieder bestimmt irgendwas auf dem Kopf. Ja, du darfst nur drei oder vier Blöcke, das ist voll gefährlich, der Sand. Danke. Bucken. Bucken. Okay. Ja, da kommt ja schon ein Feld vorgerunter. Ganz schön tief hier. Ach du Scheiße, ey. Nee, ich werde dann sterben, ich lasse das. Ich kenn mein Glück. Hack mal die Ecke da weg, ja. Der ist hier unten schon frei. Jo. Mocken. 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 Okay? 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 Das ist so geil, ey. War auch ne coole Zeit, ey. Okay? Ey, du hast mein Auto geklaut, okay? Hahaha. Seid ihr bereit für ne Runde Gimmi? Immer. Alles klar, ich stell mich mal hier hin. Ist Gimmi-Time? Ja, Gimmi-Time. Alles klar, Gimmi-Time. Ja, Gimmi-Auto. Cool. So, jetzt bin ich mal mit Gimmi. Alle bereit? Ich krieg wieder nen Hund oder so, ne? Nur damit du Bescheid wirst. Gimmi, wat? Gimmi-Auto, rechts neben dir. Tch. Okay. Naja. Hat sich jetzt nicht gelohnt. Moin. Vorsicht, der Wagen brennt, ne? Ne. Alter! Was los? Ich hab nur einen Schreien gehört. Da können wir jetzt Sand verkaufen, wa? Können wir eine Sandhandlung aufmachen, ne? Sand für einen Spielkasten? Wir liefern ihn. Hahaha. Ohohohohohohohohoho! Hähäähäähäh! Alter, wie viel Jenny abgezogen hat an denen, ne? Ja, ja das ist krass. Die Dinger, wenn du Pech hast, schießen die auch waagerecht dir entgegen, ne? Kein Leben mehr, ne? Ne Hast du Glück gehabt Ne, da geh ich nicht ran, das ist mir zu heiß Boah, boah, fuck Was? Hätte der Klumpen weg zu machen Ich mach den nicht weg Der ist mir zu heiß Der ist sehr heiß Warte mal Das muss man anders angehen Ach, stellt euch nicht so ordentlich, mach das Amok Unten Mach unten weg Rudel unten weg Amok Unten rechts die Ecke Nach rechts ist nichts mehr Das ist das ja Amok hat eh kaum Leben, von daher Ja Ich brauche 82 oder so, ne 87 Ich brauche 90 wieder ein Leben Ok Warte mal eben Da kommt er Das war das falsche Naja Das überhaupt noch hält, ne? Ich durfte eigentlich gar nicht mehr So, jetzt könnt ihr live zuschauen, wie hier jemand stirbt Scheiße, mit Sand kannst du nicht schmeißen, ne? sonst würd ich den dauernd irgendwann am Kopf werfen Hehehehe Das ist ne Ideen Warte mal Mach erstmal den Spaß klein Amok Amok Mach ruhig, wir stehen sicher Amok Mach ruhig, wir stehen sicher Willst du ihn abstützen? Nein Willst du ihn abstützen? Nein Willst du da hoch, oder was? Nein, ich will nur für mich ein bisschen Achso Achso Doch Das bringt doch nichts Oh, jetzt geh nicht näher ran, ne? Achso Ey, der hinten lässt denn der eine Jaja, der muss weg Jetzt, hä? Gegen dem Holz Warte, ich muss gucken Hä? Ja, da ist der raus, weißt du? Ja, warte, warte, warte Ich mach weg, ich mach weg Äh, was war's hier, ne? Glaubst du echtes Holz? Ja Mit Holz Oh, da ist schonmal ne Schippe? Hm Äh, jetzt, hau ab Okay Yeah Schreier Bock auf Action Bock auf Action Ach, lass mal Dann geht mal rein Lass die mal schreien Jetzt legt er die Richtung Auf die Munition, ne? Ja, da kommt die Horde Ja, da kommt die Horde Ja, sie, ich bin mal drinnen, ne? Scheiße Kass Kass Level up Gut geworden Danke Ich bin so klein, ab nach draußen Level up Glückwunsch Thanks Guck mal hier Mocken Und die ganzen Füße hätten sie sonst nicht gesagt Ja Weißt du echt was abgeht Blast Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, geh die Treppe Na, looten gehen, wa? Was geht denn hier noch ab? Was ist denn hier noch einer? Was geht denn hier noch ab? 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 Was geht denn hier noch ab?